Einmal am Rhein und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Rhein, ein Gläschen Wein beim Mondenschein. Einmal am Rhein, du glaubst die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stund, das kranke Herz, es wird gesund. Komm nicht nah, nicht rein, ein Mord am Rhein. Ladies and Gentlemen, welcome to Las Vegas, welcome to the Gunker 2000 and welcome to the 50s. Anniversary of our Gunker Gala here in Las Vegas at the Plaza. Welcome everybody from east to west, from north to south, from Canada, from Germany, and wherever you may come from. Welcome here at the Carnaval Gala here in Las Vegas. As for all the years in the past, and this year without exception, the board of directors of the Gunker has not spared any effort to make this event again a huge success. And thank you to all of you who have came here tonight. For this effort I would like to ask you, all of you to stand up and welcome the board of directors. Please stand up and give my big welcome. Even Erin O'Narni, it takes a secretary for all the work, and our secretary is one of the best. Southern California, San Diego, no one else but Henny Dickman. Please give her a welcome. However, here is Henny, and she has a much more important function tonight, and therefore you will be seeing her a little bit more often tonight and in a little while. So she's so pretty, she's outstanding. Finances are the most important thing, and how can anybody do a better job than our finance secretary? We have from the sunny city of Southern California, former cheerleader and dance instructor of the German American Society, No one else but Barbara Leglau. Please welcome her. Here is Barbara Leglau. Here is Barbara Leglau. Former president, head manager, as well as honorary member of the Phoenix Club, let's welcome our vice president and no one else but Erwin Simmons. Please. 例... Everyonevat, let's go! He wanted his queen. It's a young test. Undis the baby's foremost and it is a young coy. He was on the bestgl smelled so he could have been here for the large seventh week, well done, and again in the witnesses. We'll be thrilled and he'll have him. Das Bundesverdienstkreis Das Bundesverdienstkreis Das Bundesverdienstkreis Das Bundesverdienstkreis Das Bundesverdienstkreis Our wonderful lady in the back who will join the Board of Directors in the first little while. This is the Board of Directors of the GAMCA who made this event once a year event possible. And again, you all express your appreciation for these people and we all for making this event so wonderful. And now I would like to turn over the microphone to our MC, thank you very much. I would like to thank in the name of the Board of Directors of the GAMCA, Mr. Paul Gullemann, Honorable President of the Phoenix Club, Friend of Carnival and always there when we need help. Thank you so much for the words and I hope you will be with us for a long, long time and the sisters who can count on you. Thank you, Paul. with the German language. My highly appreciated Nervous and Nervous, friends of the Humor and the good Laude, dear guests, I would like to welcome you to the 15th YAMCA, Ghana Großtreffen here in the magischen Stadt Las Vegas, Nevada. Magic und Karneval ist sehr eng verbunden. Wir Karnevalisten versuchen für Jahrhunderte den Humor und den Spaß an Erfolg hervor zu zaubern um ihnen ein paar frohe Stimmen zu bieten. Wie in vergangenen Jahren ist es auch heute unser Ziel in Karneval die deutsche Tradition zu fördern. Für noch einige Jahrhunderte die angeschlossenen Gruppen der GAMCA meditieren sich mit den Gastvereinen an diesem Tag der GAMCA Gala hier und werden heute für sie aufrechen zu ihrem Vergnügen. Ich wünsche Ihnen alle viel Freude und viel Spaß an der Freude. Und nun ist es meine Ehre unseren GAMCA Hannes unser Präsident der diese GAMCA der dieses GAMCA Schiff für 15 Jahre durch ruhige und unruhige Wogen gesteuert hat wird Sie begrüßen. GAMCA Hannes Hannes Tschüss Dankeschön. dass Sie heute hier Karneval in Deutschland mit Spaß und Freude haben wir die Freiheit von Kissen von unseren Brüdern und auch die Freiheit von unserer Tradition in Karneval The Real Tradition von Karneval Forever for the Future. Meine lieben Narren und Narren ich erkläre hiermit heute Abend für die Eröffnung des 15. Jahrestag des 15. Geburtstags der großen GAMCA die es fertig gebracht hat mit eurer Arbeit indem ihr immer zu uns gekommen seid und uns geholfen hat diesen Organisation zu fahren. GAMCA Hello der Lars Ich wünsche euch allen a very happy evening tonight and with this and friendship we do not have any enemies at all we have friendship and we are freunde allzu toll Ich danke euch allen GAMCA Allah Las Vegas Allah Nevada Allah Thank you very much Hannes for the inspiring world herzlichen Dank für die aufmunterne Worte die sollen uns für das nächste Jahrtausend reichen Liebe Herren, liebe Damen, wir werden nun anfangen mit unseren Auftritten mit dem Durchmarsch der Gruppen und ich will das kurz erklären, damit sie als Programm mitbekommen, die Gruppen werden gemeinsam einmarschieren mit ihrem Prinzenpaar, die Prinzenpaare werden an diesem reservierten Tischen gesetzt durch unseren Hochmarschall, die Gruppe wird ausmarschieren und so wird jede Gruppe kommen, wir wollen das Programm interessant und zügig halten und wir werden dann anschließend die Performing-Gruppen, die vorführenden Gruppen separat einbringen, um das besonders herauszubringen. So, nun meine lieben Herren, wir fangen an und das erste Gruppe der GAMCA aus dem Start der Arizona, des Spielbordzugs Sun City, darf ich bitten. Die Fucking-Gruppen-Gruppen-Gruppen-Gruppen-Fürger mit Prinz und Prinzessin, Prinz Hans der Erste und Helga die Erste. Einmal bitte! Einmal bitte! Einmal bitte! Der Präsident Horst Wolf mit dem Prinzen Will dem Ersten und der Prinzessin Pemoral, die erste Einmarspiele. Der Präsident Horst Wolf mit dem Prinzen Will dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Der Präsident Horst Wolf mit dem Prinzen Will dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Der Präsident Horst Wolf mit dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Der Präsident Horst Wolf mit dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Der Präsident Horst Wolf mit dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Der Präsident Horst Wolf mit dem Ersten und der Prinzessin Pemoral hier. Herzlichen Glückwunsch, der Sessi Daniela. Der Sessi Daniela, der Sessi Daniela, der Sessi Daniela. 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 Der Sessi Daniela. Der Sessi Daniela. Das war's. 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 Ein Alunen, ein Lidgesche, ein Lidgesche, ein Lidgesche, ein Lidgesche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie überlegen sich bei Prinzessin Halley die Erste. Prinzessin Halley die Erste ist Präsident des Jürgen San Diego und der Weispräsidenten von Brasilien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich möchte fragen, ob du ein paar Worte hast zur Begrüßung von Leverfurtz-Ratengar-Rilze-Fahr auf die Gala 2000. It's my pleasure. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neroinnen und Nahlesen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier bei uns bei der GAMKAR GELA 2000. Und ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Für den GAMKAR, für den Karneval, ein zweifaches Hello! Karneval, Hello! Was ist das? Hello! And the same thing goes for me. I still have not found my voice. I'm still looking for it. Anyhow, I just want to wish you a happy evening. All the best for the coming Karneval season. And it's a real honor for us that we are Prince and Princess for GAMKAR. It's a real highlight for us. Thank you so very much. And please enjoy yourself. Have a wonderful time. And let's make a three-time alarm. GAMKAR! Hello! Hello! Las Vegas! Hello! 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 Deutsche Karneval, I love you! Thank you, our GAMKAR Principal. One more time. Let's hear it. GAMKAR! Hello and hello! A part of our new GAMKAR-Elfer Rates is vorstellen. And next year will we have a full number of 11 gentlemen. I will show you from Spielmannszug Tom Tanner, from San Diego Kirk Kindly, Von den Las Vegas-Spielen Rudi Rimmer, vom Phoenix-Club Manfred Walters, von den Las Vegas-Vagabunden Rainer Knapp, vom A-L-Weiss-Handierung-Rande Harald Müller, vom Spielmannszug Minnesota-Timer-On-The-Shank, vom Ventura-Rheinland-Club Fritz Murray, und vom German South-League-Club Horst Neu. Und nun darf ich um Abmarsch bitten für die Johanna Walker, die einen sehr fantastischen Job gemacht hat hier. Möchten wir nun bitten, Herr Hofmarschall, würden Sie bitte Johanna Walker vorbringen? Johanna will es so wieder aufstehen, dass unser Hofmarschall dich findet. Wird eine ursprüngliche Überraschung aus Dankbarkeit geben. Herr Präsident, an der Schlüssel das Mikrofon ist oben. Alles braucht kein Mikrofon. Herr Präsident, an der Schlüssel des Karnevals. Herr Präsident, an der Schlüssel das Karneval ist, wir haben den Aufmerksamkeit. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit, bitte. Otherwise, we will not so many people here at our events. And we have to tell our former secretary, Johanne Walter, thank you very much, and on behalf of the GAMCA we'd like to give you the Urkunde, they'll say that you'll be a member of the GAMCA in a lifetime, but as secretary, you could see me up. For all the work that you did, thank you very much for bringing you here 2.000 ordnance. Liebe Karnevausfreunde, I'm very honored to receive this Urkunde. I'm very sorry I had to quit because of health reasons, but I'm looking forward to see you all here for the more following years. I also wish the present secretary all the good luck, she is our princess now, and good luck for our Prinzenfarm. Thank you very much. I want to thank you the president and the vice president, secretary, and our treasurer. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, and we wish you all the good and hoping of good luck for the GAMCA-ness in the future, with all the carnivores group and also GAMCA and GAMZA. GAMCA, ALARM! Las Vegas, ALARM! Nevada, ALARM! The GAMCA, ALARM! The opportunity to introduce some gentlemen to the middle of the building, please come to the middle of the building of our chief Marshal. Sie abkommen, abholen kann. Und zwar sind das die Founders, die Gründer der GAMKA und das Erste, Paul Grünemann, Horst Neu, Sigi Schuster, bitte kommen Sie schon zur Bühne, zur Tanzfläche, Willi Lächler und Hannes Schuster. Die Gründer der GAMKA, 19085, 1,001. Wir werden die Orden von dem Jahr 2000 für die nächsten 1,000 Jahre in Karneval. Danke sehr. Danke sehr. Und der zweite, wir haben die Founder hier, Horst Neu. Für all Sie wollen, was Sie tun, um die Karneval zu erinnern, danke sehr. Der nächste, wir haben hier, Sigi Schuster. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Und auch hier haben wir hier einen wunderbaren Karneval-Friend von der Beginnigen Karneval, mein lieber Freund hier von San Diego, Willi Lächler. Und, meine Damen und Herren, der Mann, der es alles passiert, niemand anderes, aber Hannes Schuster. Danke sehr. 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 Prinz Heinz und Prinzessin Peggy. Ein Special Salute für eine ganz neue Prinzenbar. Serie für unseren neuen Prinzen, Prinz Heinz. Die Serie ist 3 in der Zahl. Herr Hauptmann, ist unsere Chablis überhaupt feuerbereit? Na dann wollen wir mal. Tolitäten, Elferrat, unser Publikum, die Gamga-Prinzen-Rakete. Auf geht's mit den Händen. Stufe 1. Hier kommen die Füße. Stufe 2. Jetzt dürfen wir auf Stufe 3. Ruhe herrscht an Stufe 4. Hauptmann. Seine Torität. Prinz Heinz der Erste. Alaph End. Gamga. Alaph End. Dem Karneval. Alaph End. Hauptmann. Schabry. Feuer. Rakete Nummer 2. Tolitäten, Elferrat, unser Publikum aufgepasst. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 3. Ruhe. 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 Hauptmann. Ist unsere Artillerie vollgepulvert. Ruhe Ruhe. Antillorie, Feuer! Unser Gamga-Präsident nix, kein anderer wie unser Hannes Alavend. Gamga Alavend. Seine Solität, Prinz Heinz der Erste, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Henning die Erste, Alavend. Okay. Zeit, unsere Kanone muss hier haben. In der Zwischenzeit, Tollitäten, Elberath, unser Publikum, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Unser Festpräsident, niemand anders als unser Erwin, Alavend. Allen Tollitäten, Alavend. Dem deutschen Karneval, Alavend. Hauptmann, hast du die Kanone schon abgeschossen oder ist noch einer drin? Aufgegangen und für eure Mitarbeiten an unserer kleinen Darbietung haben wir jetzt für euch den Regimentsparademarsch. Schwadronen, angetreten. Schwadronen, angetreten. Schwadronen, angetreten. Hochmarsch halten. Schwadronen, aufgepasst. Und Meister, Parademarsch, der ersten Karnevalmann, dem Stellung. Bist du... Nein. Es ist richtig. Reiterei präsentiert und auch Sitz auf Ruhmeister Reitermarsch. Ruhmeister Reitermarsch Ruhmeister Reitern 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Spielmann zur Untertitelung von Musikdirektor Jüdi Richter. Mittag. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Damen, dann haben wir die Wicht gebraucht. Dankeschön für die Arbeitsschamkeit. Vielen Dank. 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 Wir haben die Bühne auf die Bühne. Herr Simons. Wir waren ja die Ersten, die telefoniert haben, die Faxe ausgetauscht haben. Sie haben unsere Internetseite abgerufen, um sich zu erkundigen, was sie nachher bietet. Wir sind dieser Einladung, dieser Aufforderung wirklich sehr gerne gefolgt. Und für unsere ganze Mannschaft war es ein Erlebnis, hier in Las Vegas zu sein. Ein kleines Andenken mit einem Zündteller. Jeder, der nach Bühnen kommt, möchte ich erklären, wo der Zündteller herkommt. Nämlich von meiner Schatzmeisterin. Der hat einen Zündfachlauch in der Ombau-Rieplatsch. Sie hätten, mein lieber ex-prinzlicher Kollege, entschuldigung, mein lieber prinzlicher Kollege wollte ich sagen, Prinz Heinz I., die Wortdame bitte. So liebe Junge, ihr werdet natürlich gerne an eurer Stelle, aber es klappt leider nicht. Vorher stehe ich hier oben. Liebe Prinzessin Heinz I., auf einen Orden. Ich bitte die Junge zum Abrollen. So schwergewichtige Prinzessin. Liebes Prinzmann, liebe Prinzessin Heinz I., ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche, ich kann nicht mehr als Faschigszeit. Der Faschigler war heuer sehr lang. Und ich glaube, wir haben auch sicherlich mal die Möglichkeit, uns beide in München zu empfangen. Auf allen Dingen alles Gute für die nächsten Wochen. Bis zum Aschermittwoch. Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken. Und wenn wir die Gelegenheit haben, kommen wir ganz bestimmt nach München. Und wie gesagt, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Dankeschön. So, nicht ganz schön. Kommt die Alpfeiber-Faschrappe. Auf jeden Fall, das kann man hinterher. Einfliegen Jungehelfer, Frau Marga Kegel. Heeeey! Wo ist sie denn? Das musste auch. Ich muss euch da auch wieder ein paar Worte dazu sagen. Da bin ich immer heim. Willkommen, Ihre Gesellschaft auf die Idee, die Münchner Gesellschaft zur Halle einzuladen. Wer war es eigentlich? Und da bin ich drauf gekommen, der allererste Ursprung war vor zwei Jahren bei der Frau Kegel, die vorgebracht hat. Sie ist ja auch Münchnerin. Man sollte doch einmal die Münchner Gesellschaft da alle hier einladen, für ihr Treffen. Und das hat sie mit aller Heimlichkeit getan, über die Wege, über unser Büro, mit unserer Chefsekretärin. Und so ist es langsam in das Rollen gekommen. Und das war eine wunderbare Idee. Und wir werden diesen Kontakt legen. Und danke Ihnen sehr dafür. Herr Bellmeister, ich darf bitten, um den Hallermarsch für den Auszug. Und ich spreche für alle aus dem Herzen heraus, es war eine der schönsten Vorstellungen, ein Geschenk für uns. Wir haben uns ein großes Stück Heimat gebracht und haben uns den Karneval gezeigt, wie wir ihn hier nicht gesehen haben. Es war in einer Ausführung, einmalig, ganz große Klasse. Und wir bedanken uns alle mit einem großen Applaus und einem München-Alarm. München! 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 Und auch das Münchner Bremsenfahrt. Maximilian die Erste und Daniela die Erste. Ein dreimal. GAMKA! Hello! GAMKA! Hello! München bleibt hier! 2000. Und ich hoffe, dass bei euren Reisen und Vorführungen auch der Isauorten mal gezeigt wird. Eine Erinnerung an Las Vegas. Eine Erinnerung an unsere 15-jährige Bestehende GAMKA. Es ist noch eine junge Gesellschaft, aber wir arbeiten dran, ins Jahr 3000, um weiterzumachen. Und unseren ganz besonderen Dank an alle jungen Damen der Grenzen gerade, die so fleißig diese Revue einstudiert haben, mit einer Überraschung nach dem anderen. Und nun, ich habe ein Besonderesgeschenk für unseren Präsidenten Herrn Tollmann. Und ich möchte Ihnen ein Buch überreicht, ich mache das von hier, wenn es recht ist. Das ist Heimat Nordamerika. Es ist eine Sammlung aller deutschen Gesellschaften, es ist eine Sammlung aller deutschen Karnevalsgesellschaften und aller Vereine in Nordamerika mit einer Widwung in Erinnerung und Dankbarkeit eures Besuches zur GAMKA Gala 2000 in Las Vegas. Bitte nehmt das mit und wenn Sie Zeit haben, wo das Zettelchen liegt, da sind wir drin. Unseren herzlichsten Dank, für was Sie uns gewonnen haben und wieder ein Stück Kultur und Stück Heimat in unsere Rommelge gebraten haben. Herr Gerdsberg, wie man sagt auf Bayern, schönen Dank. Vielen Dank. Es abschließt sich von ihm unsere Prinzengarde. Es verabschiedet sich der Hofstaat, unsere jungen Helfer, unsere Hofdamen. Es verabschiedet sich der Helferrad, das Präsidium. Und noch einmal der Helferrad, das offizielle Volksbremsenparte Landeshauptstadt München, Maximilian der Erste und dann wieder die Erste. Und der Hofmarschall. Und der Hofmarschall. Und der Hofmarschall. Vielen Dank. 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 Schönen Tag, Schönen Tag, Schönen Tag! um okay Musik Der Sonne der knuss, der Sonne der knuss, der Kala wacht, nicht fallen, Der Sonne der knuss, der Sonne der knuss, der knuss. Doch da in der Weise der Brüste bescheint, der kämtliche Oase, und niemand nichts mehr weiß. Wer die Neu-Kommung macht, das ist ein Hände, doch einer Vollwanderung, stellt vor den Frieden, der liebe Kraft wird. Das ist ein Händel-Kommung, das hält den Frieden, Wir sind von ihr, da ist mit der Yoh nephew in die Dublin Wir sind in der Zeit, in Poliskalk Wir sind in der jacket, wir sind in der pública Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen trinken, noch eine Trinken, weil man die Sorgen gar nicht vergisst. Wir sind nicht manchmal aus Vorland, glaubt ihr, das darf der Kahn nicht so sein? Denn heute Abend gehen wir feiern, die ganze Welt ist eiferhand. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir tun nur das, was uns gefällt, tanzen, singen im Saal oder Zelt. Nicht alleine, denn das wird keiner, uns gehört die ganze Welt. Und am Morgen wird heut noch gedacht, wir feiern weiter die ganze Nacht. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Und an die Hände zum Himmel, kunst uns fröhlich sein. Mit Geburt, wie so verraten Geblieben, die lieblich zu spät Und uns der Grund, wo es untergeht Hat geschehen, auch noch so schön Einer muss sie untergehen Darum singt, darum springt, darum trinkt Und genießt, was der Tag euch gebringt Wenn die Lernen meistern bleibt Seht es mir so, wie so verraten Doch wir lieben, wir lieben zu spät Und uns der Grund, wo es untergeht Lassen, wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben Das ist ein Pfeil, das ist ein Pfeil, das ist ein Pfeil, der Blut, der Blut. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. 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 Die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, 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 die Kirche. Applaus 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 Vielen Dank. 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 I love you at midnight Las Vegas style and here we are. Thank you. Nice work. Thank you. Thank you. Nice. Thank you. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020